Hallo meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Auch heute zu meinem ersten Let's Play zu Hitman. 20 Jahre zuvor, wie gesagt. Wow, die Grafik schaut sehr geil aus. Und da ist es gleich die erste Aufgabe von... Haben sie geil gemacht, ja. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen da rein. Ich bin sicher. Ich bin. Ich bin. Keine Chance, Miss Burnwood. Nicht hier. Ich wähle ihn. Kann ich nachdenken, warum? A blank slate? Antisocial. Apathetic and unresponsive. Kein Problem der Boy Show, aber... Vielleicht sehe ich die Möglichkeit, wo andere sich die Herausforderung. Das ist nicht das, was ein Handler macht, Sir? Wir sehen. Wer kann jemanden töten, Miss Burnwood. Er noch nicht erinnert? Wenn er er, ist er nicht mit. Wir schauen uns auf seine Geschichte. Das ist jetzt, glaube ich, die Aufnahmeerpüfung, was ich jetzt mache. Calvin Ritter. Kunstwerter. Spezialisierter Meister. Aller Weapons sind simuliert. Good luck in your ship. Dankeschön. 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 Das ist die erste Aufgabe von mir. Gehen Sie auf die Ladungsbrücke zu. Na echt. Ganz so ganz normal. Heftig, wie sie das alles nachgebaut haben. Schaut aus wie in einem Filmstudio. Entschuldigung. Entschuldigung, Sir, aber du bist nicht auf meiner Liste. Also, ich muss mich auf, dass du liefst. Ähm. Okay. Aber dann müssen wir es so können. Okay, sorry, Sir. Ah, wir sehen uns noch. So, wir kommen nicht da. Ein X. Oh, yeah. Attacke von ihm sind ziemlich klein. Und Schüsse von Waffen scheinen. Er hat gegen Aufmerksamkeit. Ja, wirklich. Ich wollte ihn jetzt nicht umbringen. Oh, ja. Ganz easy. Oh, hallo. Mr. McKinn. What's up? Ja, nothing, man. Sorry, not here. Was soll ich ihm werfen, bitte? Ganz auf spontan, oder wie? Ups. So, schnell mal verkleiden. Okay. Unlike Mechanics, the cabin crew is allowed upstairs accesses. I see what you're getting at. Very unorthodox. So, jetzt gehen wir mal rauf. Sorry. Ich stöke kurz auf. Entschuldigung. Verdachten wir in dem Sinne, im Baum zu tauchen. Oh, ready? Ready? You're making this look then. The brains are changing. Blending in, I see. Well done, initiate. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Du bist nicht ein Superhero-Carbon. Wir haben grad Sex. Na komm, was soll ich dir geben? Was wollen sie trinken? Jetzt geht er schon wieder. Na gut. Wir folgen ihnen dann einfach so. Okay, Kapitän, wir müssen zurück zum Kruise-Liner. Nicht hier, aber nicht hier. Schau mal. Die Leute bekommen das Geld, Herr Norfolk. Und du hast das beste Geld. Hier, ich hole die Daten für dich. Das ist nicht mein normaler Seen-Technologie. Die meisten meiner Kunden sind Kunst-Kollektoren. Also was ist das denn? Ein Reaktor? Na gut, nicht nur ein Reaktor, Herr Ritter. Warum haben sie das so kompliziert immer? 50 Jahre vor dem Zeitpunkt. Vielleicht noch mehr, vielleicht 75 oder 100 Jahre. Ich, ich, ich meine nicht, zu beurteilen, aber wer es erst mit diesem Reaktor macht, ist der König der Welt. Die Welt. Na, ich werde dich nicht überlegen. Das Passwort immer überrascht meine Kopfschmerzen. Die Ereaktor sind immer auf den Kopfschmerzen. Die Ereaktor sind immer auf der Kopfschmerzen. Die Ereaktor sind immer auf der Kopfschmerzen. Die Ereaktor sind immer auf der Kopfschmerzen. Nein, du denkst zu viel. Sorry, 3, 2, 1. Sorry, Mann. Dein Ziel ist unten. Jetzt geht es um einen Exit. Da ist ein Ausgang. See you. Bye, bye. Haben nix gemacht. Challenge complete. Good work, Richard. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show.